Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich diese super leckeren Fladenbrote und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht werden, dann bleibt dran. Für die beiden leckeren Fladenbrote benötige ich 550 bis 600 Gramm Mehl, ein Ei, das werde ich nachher trennen in Eigelb und Eiweiß, ein Teelöffel Zucker, ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Schwarzkümmel und Sesam gemischt oder je nachdem, was ihr zu Hause habt, drei Esslöffel Olivenöl, 200 Milliliter laubarmer Milch, 200 Milliliter laubarmes Wasser, ein Päckchen Hefe und nachher noch so einen Esslöffel Öl, um die Fladenbrote zu formen. Und jetzt kann es auch schon losgehen. So, als erstes nehme ich die Hefe. Und den Zucker und das lauwarme Wasser. Das verrühre ich so ein bisschen und warte fünf Minuten, bis die Hefe aktiviert ist. Wenn die Hefe ein bisschen aktiviert ist, dann kommt die lauwarme Milch dazu. Das Olivenöl ein Teelöffel Salz und das Ei habe ich getrennt in Eiweiß und Eigelb und das Eiweiß kommt jetzt mit in den Teig rein. Von dem Mehl lasse ich ein bisschen übrig. Ich gucke mal, wie sich der Teig entwickelt. Ich gucke mal, wie sich der Teig entwickelt. Ich habe den Teig jetzt genau fünf Minuten kneten lassen und jetzt werde ich ihn ein bisschen formen und dann einfach in der Schüssel eine halbe Stunde gehen lassen. Es ist ein relativ weicher Teig. Wundert euch nicht, das soll aber auch so sein. So lasse ich den Teig jetzt eine halbe Stunde gehen. Der Teig ist wunderschön aufgegangen. Ich werde den jetzt noch einmal kurz so mit der Teigkarte so ein bisschen die Luft rauslassen, ein bisschen kneten und dann werde ich ihn durch zwei teilen und zwei Bälle formen. Das Backblech habe ich mit Backpapier belegt. Ich werde da jetzt ein bisschen Paniermehl raufstreuen. Ich hatte das eben in den Zutaten nicht angegeben. Ich tue das ein bisschen rauf, weil ich habe gerade das Problem, ich habe mir Backpapier gekauft, aber es bleibt trotzdem alles kleben. Kennt ihr das? Ich habe keine Ahnung warum. Wie gesagt, das mit dem Paniermehl ist optional. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr, aber es ist außerdem noch so ein kleiner Crunch unten unter dem Fladenbrot dann später. So, da tue ich jetzt ein von den Teigbällen drauf und verteile das jetzt mit der Hand. Ihr könnt auch hin und wieder ein bisschen die Finger in Öl tunken und das dann so ausbreiten. So, ich habe hier ungefähr so ein Zentimeter, nicht ganz, ja, ich würde sagen, so ein Zentimeter dick ausgedrückt. Der geht ja nochmal hoch, der wird jetzt nochmal gehen, der Teig. Also, das erste Fladenbrot ist jetzt fertig. Ich tue da jetzt ein sauberes Tuch rauf und lasse es nochmal 15 Minuten insgesamt gehen. Während die Fladenbrote gehen, könnt ihr auch schon mal den Backofen vorheizen. So, das Fladenbrot ist jetzt noch 15 Minuten gegangen. Jetzt tunke ich wieder meine Finger in Öl. und drücke Löcher in das Fladenbrot. Ihr könnt auch eine Form machen, so wie ihr das gerne möchtet. Wie eine Torte portionieren, weil ich später das dann besser teilen kann. Und dann kann man sich so ein belegtes Fladenbrot machen. Da streue ich jetzt noch ein bisschen von dem Schwarzkümmel drüber. Ach, ich habe das Ei verwissen. Ja, natürlich. Das Eigelb habe ich mit ein bis zwei Teelöffel Wasser so ein bisschen verdünnt. Das sollte natürlich zuerst drüber und dann der Schwarzkümmel, aber okay. Passiert. Kann vorkommen. Das erste Fladenbrot ist jetzt auch fertig. Das kommt jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich auf 210 Grad Umluft vorgeheizt. Und da wird das Fladenbrot jetzt circa 10, 12 Minuten backen. Im Anschluss sage ich euch noch die genaue Zeit. So, das erste Fladenbrot ist jetzt schon rausgekommen. Ich kann euch auch mal zeigen, wie es unten aussieht. Ist schön knusprig. So, das zweite Fladenbrot ist jetzt auch fertig. Es sieht auch super lecker aus. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Es ist wirklich einfach zu machen und binnen einer Stunde sind die Fladenbrote auch fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.